Ich bin wieder euer jks4weber01 Ich befinde mich noch immer im Umzug Das heißt also für euch noch ein bisschen ausharren Ja wie gesagt ich wohne noch bei meiner Mutter Übergangsweise, bald findet aber auch mein Umzug statt Und dann kann ich euch wieder mit Kann ich euch wieder bald mit neuen Videos beglücken Und ähm Ja was gibt es dazu zu sagen Es wird bald wieder schöne Updates geben Ich habe einige neue Projekte in Planung Die ich jetzt noch mache Und ja also Noch ein bisschen aushalten Ich muss mir dann noch Dann in der neuen In der neuen Wohnung kann auf jeden Fall noch das Internet schalten lassen Sprich also dass ich dann euch Auch wirklich dann die neuesten Videos Uploader Und meine neuesten Projekte Durchführen kann Ähm Gibt es wieder von den normalen Updates Bis hin wieder zu einem kleinen Mega Update Volume 2 Wohlgemerkt schon Ähm Werden dann wieder sehr viele kommen Also ich hoffe Ihr könnt noch ein bisschen warten Ähm Ich muss noch alles vorbereiten Der Umzug ist noch Bisschen Findet noch statt Also bitte äh Nicht traurig sein Ich wollte euch einfach nur nochmal sagen Hi Ich bin Ich lebe noch sozusagen Und Deswegen also Bisschen noch warten Und dann Kommt ihr Bald wieder in den Genuss Das ist Voller Videos Voller Action Spannung Funny Und natürlich auch Natürlich unser Lieblingsthema Horror Da gibt es auch schon einige Totgute Sachen Ja Ich hoffe ähm Ja wie gesagt Das sollte jetzt einfach nur ein kleines Video sein Wo ich sage Hallo Ich lebe noch Ähm Ähm Ja Auch kein Intro Kein Autor Dazwischen Sondern einfach nur sagen Hallo Ich lebe noch Ich stelle euch bald wieder neue Filme vor Es findet bald statt wieder Also ich hoffe ihr könnt noch ein bisschen warten Ja Und mit den Worten Gebe ich dann Äh Ab in die Zweite kleine Hälfte Wo ihr noch ein bisschen warten müsst Ich wollte mich nur noch einfach nochmal melden Und sagen dass ich noch da bin Ja